Ja, sie sollen nicht so viel lügen, die Kolleginnen und Kollegen. Denken Sie mal an die ganze Kriegs- und Friedensfrage, die sich auch wieder auf uns zukommt. Da sind die Grünen sehr, sehr schlecht mit ihren Prinzipien umgegangen. Seit vielen Monaten gehen mittlerweile Greta, Luisa Neubauer und Co. auf die Straße unter dem Namen Fighters for Future. Würden Sie den Protest, der da abläuft, als erfolgreich bezeichnen? Auf jeden Fall. Sie haben das Thema Klimaschutz und Umweltkatastrophe auf die Tagesordnung gebracht. Mit einer Wucht, die, glaube ich, vielen Parteienitiativen und Parlamentsinitiativen nicht verschieden war. Klimabesiegung damals und heute, wo sind die Unterschiede? Naja, die Bewegung in den 70er-Jahren, es gab ja immer wieder soziale Bewegungen, aber vergleichbar sind ja die 70er-Jahren, wo Atomkraft auf die Straße gegangen worden ist, aber auch für Umweltschutz und diese ganzen verwandten Themen. Und unter anderem war diese Bewegung ja ein Grund oder ein Ursprung der Grünen-Partei. Man hat sich dann nachher mit anderen Vertretern von Bewegungen zusammengesetzt, der Friedensbewegung vor allen Dingen, aber auch der Frauenbewegung, der Schwulenbewegung und viele andere, und hat gesagt, wir gründen jetzt keine Partei, auf gar keinen Fall, aber wir gründen einen Zusammenschluss, der anstrebt, in die Parlamente zu kommen, damit wir unsere Inhalte auch in den Parlamenten zur Sprache bringen können und dafür kämpfen können. Was kann oder muss denn das Ziel der Förders-for-Future-Bewegung sein? Ja, dass endlich was geschieht. Also wir haben ja heute die Situation, dass in allen Parteien oder allen großen Parteien in Deutschland das Thema Umweltschutz, Klimaschutz ganz, ganz oben steht, manchmal an erster Stelle. Nicht zuletzt der Herr Altmaier hat sich jetzt ja dafür besonders hervorgewagt, dass er das machen will. Aber die Realität sieht völlig anders aus. Frau Merkel hat sich vor zig Jahren hingestellt und so, wir müssen die Klimakatastrophe bekämpfen und wir brauchen mehr alternative Energien, wir brauchen weniger Autos und, und, und. Alles, was heute auch Friday-for-Future fordert, völlig zu Recht, hat sie auch gefordert. Und zwar ganz spektakulär. Geschehen ist so gut wie nichts. Also Friday-for-Future steht dafür, dass jetzt wieder Schwung in die Bude kommen könnte oder auch schon gekommen ist. Also keine Partei kann sich dem erziehen, die Auseinandersetzung mit der Friday-for-Future und auch daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ich warte darauf, bis die Ersten aus dieser Bewegung auch im Bundestag auftauchen. Selbst Angela Merkel würde, haben Sie mir in einem Vorgespräch gesagt, am liebsten mit den Fighters-for-Future-Aktivisten knuddeln, sie in den Arm nehmen. Ist das vielleicht genau das Problem? Sind Sie zu bequem? Das ist ein Problem, glaube ich, dass Sie ganz im Gegensatz zu den früheren Bewegungen nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung protestieren, Widerstand organisieren, auf die Straße gehen, sondern dass Sie fast von allen gemocht werden. Ganz am Anfang gab es mal heftige Kritik, weil Sie da in der Schule geschwänzt haben. Da hat nachher keiner mehr von geredet. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, das ist einfach lächerlich, wenn man jetzt die Schulpflicht vergleicht oder ins Gewicht führt, anführt das mit dem, was da verhindert werden soll, nämlich das Klima retten. Und die haben viel in Bewegung gebracht, zusätzlich, dass alle darüber reden, dass keiner um das Thema rumkommt. Haben Sie mal, aber natürlich müssen Sie auch noch den Beweis erbringen, dass Sie noch mehr bewegen können, dass jetzt endlich gehandelt wird. Was können vielleicht auch die Jungen, sage ich jetzt einmal, von den Alten lernen, vielleicht auch mitnehmen? Wie kann Protest wirklich effektiv gelingen? Erstens können sie lernen, nicht den Mut zu verlieren und nicht zu meinen, wir haben jetzt drei Großdemonstrationen gemacht und jetzt müssen auch unsere Ziele umgesetzt werden, sondern man braucht eine lange Leitung. Man muss sehr, sehr lange dicke Bretter bohren. Und wenn es auch häufig so aussieht, dass nichts draus wird, darf man sich nicht ermutigen lassen, sondern muss sagen, jetzt erst recht und jetzt lassen uns ein paar neue Demonstrationsformen einfallen, damit die Sache wieder auf die Tagesordnung kommt. Die Parteien müssen dazu gezwungen werden, nicht nur das Dauern vor sich herzutragen, sondern sie müssen dazu gezwungen werden, auch entsprechende Gesetze zu machen. Und sie müssen es am Wahltag spüren, wenn sie das vier Jahre lang nicht getan haben. Herr Ströbele, Sie haben gerade gesagt, es ist viel protestiert worden von Seiten von Fridays for Future. So viel hat sich noch nicht getan. Sie müssen jetzt den Beweis erbringen, dass sich was tut. Man braucht aber auch einen langen Atem, haben Sie gerade gesagt. Man kann jetzt mit Verlaub, glaube ich, sagen, dass die Hütte brennt, wenn man sich das Weltklima anguckt. Es ist eigentlich keine Zeit mehr da. Ist der Protest von Fridays for Future zu wenig provokant, zu wenig radikal? Nein, ich will da keine Vorschriften machen. Das müssen die Leute selber entscheiden. Die sind auf der Straße, die müssen das umsetzen. Und ich glaube, in den Zielen sind wir sehr einig, wie das nun im Einzelnen organisiert werden soll. Da will ich keine Ratschläge geben. Das war bei uns völlig anders. Weil bei uns war die ganze Umwelt, die ganzen Leute um uns rum, die am Straßenmachern standen, waren dagegen. Während das heute wirklich so ist, dass die Eltern mitdemonstrieren plötzlich, die Großeltern mitdemonstrieren. Das war völlig unvorstellbar damals und dass es auch große Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben hat, wenn die bestimmte Demonstrationen verhindern wollten. Und wenn man versucht hat, zum Beispiel einen Bauzaun ranzukommen für ein Atomkraftwerk, dann gab es auch richtig heftige Auseinandersetzungen. Das ist heute alles nicht der Fall, weil diese Bewegung von der großen Masse der Bevölkerung getragen wird. Und das haben sie uns voraus, also uns, die damals demonstriert haben. Aber das ist auch eine große Schwierigkeit. Weil wie man sich jetzt dazwischen richtig bewegt, dafür gibt es, glaube ich, bisher noch kein Rezept. Trotzdem möchte ich nochmal auf diesen Punkt rumreiten, weil ich ihn einfach so spannend finde. Würde es der Fridays-for-Future-Bewegung, der aktuellen Klimabewegung guttun, wenn es mehr Gegenwind geben würde? Ich glaube, das würde viele zusätzlich motivieren, die vielleicht derzeit denken, naja, wir haben unsere Aufgabe getan, erledigt. Und die vielleicht wieder auf die Straße bringen, weil sie dürfen ja nie vergessen, mit Demonstrationen, gerade mit Demonstrationen, wo es zu Auseinandersetzungen kommt, haben auch was Mobilisierendes. Also wo die Leute sagen, jetzt aber gar nicht, jetzt gehe ich da hin. Das haben sie auch bei den anderen da, bei den Verschwörern ist das ja, die auch mit großen, mit vielen Leuten auf die Straße gehen, sehen sie das ja auch. Also wenn man da verbietet und staatliche Gewalt dagegen versucht einzusetzen, das ist kontraproduktiv. Sie haben es schon geschafft. Was muss eigentlich passieren, damit Protest erfolgreich ins Parlament, in diesem Fall in den Bundestag getragen wird? Naja, man muss die Parteien stellen vor Ort und müssen sagen, ihr habt das doch vor vier Jahren oder vor zehn Jahren schon alles versprochen, warum habt ihr nichts getan? Und dann fangen die an, einzelne Seiten aufzuzählen, aber die machen sich ja dann auch lächerlich. Also das Publikum, was dann dabei ist, merkt ja, dass sie dafür eigentlich gar keine Erklärung haben, weil die gibt es nicht. Außer, dass man sich nicht traut, mit den großen Lobbyverbänden in der Gesellschaft, also von der Autoindustrie bis zu den Energiewerken und so, dass man sich nicht traut, richtig durchzukreisen. Sollten sich die Future-Aktivisten der Grünen-Partei anschließen? Würde Ihnen das helfen, um Ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen? Oder sollten Sie vielleicht sogar eine eigene Partei gründen? Also das weiß ich nicht. Also man muss ja feststellen, die Grünen haben sehr viel erreicht und sind jetzt auch in den Umfragen hervorragend, aber sie haben auch sehr viel an ihrer ursprünglichen Kraft und an ihrer Authentizität verloren. Also denken Sie mal an die ganze Kriegs- und Friedensfrage, die sich auch wieder auf uns zukommt. Da sind die Grünen sehr, sehr schlecht mit ihren Prinzipien umgegangen. Sie wünschen sich doch eigentlich eine radikalere Kraft im Parlament, oder nicht? Richtig. Ich wünsche mir eine konsequentere Kraft. Und ich wünsche mir, dass wenn es gar nicht anders geht, dass man dann der Bevölkerung, die Leute, die Grünen sind oder auch an die Grünen geglaubt haben, so erklärt, warum man das jetzt so macht und nicht so macht. Weil es vielleicht nicht geht oder weil das Geld dafür nicht da ist oder da gibt es viele Gründe. Aber dass man nicht einfach so tut, als wenn das die beste Politik ist, die man da gerade im Augenblick unterschrieben hat oder praktiziert, sondern das misst mit den Maßstäben, mit denen wir auch die Grünen gegründet haben und mit denen die Grünen groß geworden sind. Deutschland hat sich ein Stück weit in eine Richtung bewegt zu mehr Klimaschutz und trotzdem sind die ganz großen Reformen, sage ich jetzt mal, ausgeblieben. Gerade in den letzten Jahren vielleicht auch die notwendigen Reformen, die man bräuchte, um den Klimawandel zu stoppen. Würden Sie sagen, dass Ihr Klimaprotest eine Erfolgsgeschichte war oder sind Sie eher gescheitert? Haben Sie Ihre Ziele verfehlt? Nein, auf jeden Fall war das ein Erfolg, weil Sie müssen die Situation damals sehen. Da wurden die Leute, die für Klima oder für Umwelt auf die Straße gegangen sind, als Spinner, als Waldmenschen oder Latschenpräger oder so diskreditiert und wurden verhöhnt, belächelt, im günstigen Fall manchmal auch bekämpft. Also da sind Welten dazwischen, was da inzwischen geschehen. Aber es ist unübersehbar, dass in den letzten Jahrzehnten sich da außer großen Worten nicht viel getan hat. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die Grünen waren in dieser Zeit nun auch nicht alle Regierung. Und es gibt leider das unselige parlamentarische Prinzip, dass alles, was aus der Opposition vorgeschlagen wird, wird von den anderen Parteien schon per se, also ohne Ansehen, was da wirklich drinsteht, abgelehnt. Also wenn die Grünen, das haben Sie ja gemacht, viele Anträge auch zum Klima in den Bundestag einbringen, dann wurde das einfach, weil das die Grünen waren, weil man der Opposition nie recht geben darf, als Koalition wurde das eben nicht umgesetzt. Würden Sie dem zustimmen, dass die Corona-Krise eigentlich der Umweltbewegung geschadet hat? Ich glaube letztlich schon, weil im Rahmen der Corona-Pandemie sind ja Gelder ausgegeben worden, die in den nächsten Jahrzehnten auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Und schon vorher hieß es immer, es ist kein Geld dafür alles. Und dann wird sich feststellen, dass da Gelder mobilisiert worden sind, also auf Kreditbasis, die fast den Bundeshaushalt ausmachen. Und wenn man sich vorstellt, das muss jetzt alles zurückgezahlt werden, dann wird dieses Argument, wir können uns das im Augenblick nicht leisten und wir können das jetzt nicht machen, wir können das nicht finanzieren, dass das ein ganz, ganz schwieriges, zentrales Problem werden wird, was immer dann angebracht werden wird, wenn gefordert wird, was gegen die Klimakatastrophe zu tun, auch die und die Maßnahmen vorgeschlagen werden, aber wenn man letztlich das dann gar nicht verwirklichen kann. Wenn Sie im Bundestag nochmal eine Rede halten würden und das Parlament aufrufen dürften und Sie sind bekannt dafür, dass Sie immer sehr deutliche Worte gefunden haben, was würden Sie in den Bundestag reinschreien und den Leuten zurufen, was sich ändern muss? Ja, Sie sollen nicht so viel lügen, die Kolleginnen und Kollegen. Sie sollen nicht so tun, als wenn Sie die richtige Politik auch umsetzen wollen, obwohl Sie genau wissen, dass Sie es gar nicht letztlich nicht wollen, weil Sie damit zu vielen Leuten auf die Füße treten müssen. Also das ist ein ganz großes Phänomen, ganz schlimmes Phänomen. Das ist nicht nur Donald Trump mit seinen Fehltritten da, sondern das ist ein allgemeines Phänomen, dass Politiker, viele, die meisten, ein gespaltenes Verhältnis zur Wahrheit haben.